Die Versuch der Erholungsrallye der Bitcoin-Bullen wurde von den Bären bereits vehement bei der 200er-Tageslinie beendet. Der Chart bleibt also weiterhin bearish und auch das Sentiment der Krypto-Trader bleibt bearish. Es ist nahezu wirklich jede Person, die irgendwie Rang und Namen auf Social Media oder auf Twitter hat oder einfach irgendein bekannte Analyst ist, gerade bearish eingestellt, was den Bitcoin-Preis betrifft. Und wie ihr bestimmt alle wisst, tritt selten das Ereignis ein, auf das die Masse spekuliert. Das heißt, auf den Finanzmärkten passiert im Regelfall eigentlich immer das Umgekehrte, da die Masse selten recht hat. Ob das dieses Mal auch der Fall ist, würde ich natürlich noch herausstellen. Ich habe für dieses Video jedoch eine sehr, sehr interessante Theorie für euch mitgebracht. Ich wollte das Ganze schon länger ansprechen, da ich über das Ganze ziemlich bei Zufall gestolpert bin. Ich habe das Ganze auch auf Twitter gefunden. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr fundierte und eine auf Fakten basierte Meinung zu einem Szenario, das definitiv eintreten könnte. Und ich dachte mir einfach, es wäre ein perfektes Thema, ein spannendes und sehr interessantes Thema für ein Video. Wenn ihr mit mir kommunizieren wollt oder generell mit den Leuten aus unserer Community, auch wenn ich derzeit leider nicht so sehr aktiv sein kann, ab Dezember wird es wieder besser werden. Kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe. Der Markt ist zwar momentan eher ruhiger, wie gesagt, aber unsere Telegram-Gruppe ist dann noch rund um die Uhr aktiv. Und ich komme selber mit den Nachrichten derzeit auch gar nicht so hinterher. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr reinjoint und wir starten jetzt mit dem eigentlichen Thema dieses Videos, der 6K-Theorie. Und wir sind auch hier schon am Chart eines Analysten, der sich Philp nennt auf TradingView. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und was ihr hier seht, ist ein Chart, den dieser Herr im Dezember veröffentlicht hat und nicht im Dezember 2018, sondern am 4. Dezember 2017. Das seht ihr oben links. Und auf TradingView ist es auch so, dass man eine ziemliche Transparenz hat. Das heißt, wenn diese Idee einmal veröffentlicht ist, dann kann man ihn nicht mehr verändern. Und das Ganze ist dann sozusagen auch fix manifestiert. Das Ganze haben wir auch hier fest manifestiert. Und eben dieser sogenannte Analyst oder dieser Trader, den ich eben auf Twitter gefunden habe, der hat am 4. Dezember 2017, wo wir im Bereich 16.000 waren, ein Ende des Bullenmarktes vorausgesagt und eben eine Rückkehr zum Preis 3.000. Wir können auch hier Play drücken. Und auch wenn wir alle wissen, was passiert ist, ist es schon für mich sehr, sehr beeindruckend, wie dieser Trader vor dem All-Time-High noch bereits den Boden des nächsten Bärenmarktes vorausgesagt hat. Wenn man das Ganze irgendwie in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken könnte, wäre dieser Analyst wahrscheinlich einer von 1 Million, schätze ich mal, oder einer von 500.000, ist jetzt schwer in Zahlen auszudrücken, der wirklich so genau die Preisentwicklung vorausgesagt hat. Dementsprechend, als ich diesen Chart gesehen habe, war es für mich dann auch an der Zeit, hier ein wenig tiefer zu graben und mir das Ganze ein wenig näher anzuschauen, da er mit diesem Call definitiv ein wenig oder zumindest einen sehr großen Anteil an Validität gewonnen hat für mich. Und viele werden sich jetzt natürlich fragen, wie macht er das? Und das Ganze habe ich mich auch gefragt. Und ich bin wirklich kein Fan von Hokus-Bokus-DA und ich sage selber auch immer, dass für mich die technische Chart-Analyse jetzt nichts ist, mit dem ich langfristig einen Markt analysiere, sondern eher kurzfristig analysiere, wo denn die Liquidität ist, wo man dann eventuell kurzfristig ein Edge hätte, wenn man zum Beispiel sieht, dass der Markt auf der Long-Seite überladen ist oder auf der Short-Seite. Dafür ist für mich die technische Analyse da, aber dieser Herr hat jetzt nicht wirklich von der klassischen technischen Analyse Gebrauch gemacht, sondern eher von der Supply-Seite her sozusagen, also von der Angebotsseite, nämlich von den Minern her. Das heißt, er hat konkret die Mining-Kosten analysiert und hat eine These erstellt, warum er glaubt, dass der Fair Value, damals im Dezember 2017, bei 3100 Dollar liegt. Und ziemlich interessant dazu finde ich auch die Aussage links oben, die ihr da seht von Satoshi Nakamoto, die im Jahr 2010 bereits getroffen wurde, falls ihr es jetzt nicht so gut Englisch versteht. Er sagt damit einfach aus, dass der Preis eines jeden Rohstoffes sozusagen eigentlich immer vom Produktionspreis bestimmt wird. Das heißt, wenn der Preis eines Rohstoffes über den Produktionspreis ist, dann kann Profit damit erwirtschaftet werden, wenn dieser Rohstoff verkauft wird und wenn der Preis darunter liegt, dann macht es natürlich eher weniger Sinn, davon mehr zu produzieren, da man zur Zeit diesen Rohstoff nur mit Verlust verkaufen könnte. Gehen wir also ein wenig genauer auf diese These ein. Ich bin mir sicher, ihr habt das Ganze auch schon im letzten Jahr gehört. Da wurde oft gesagt, der 6-Carbon wird verteidigt von den Minern, was eigentlich im Umkehrschluss eine ziemlich falsche Aussage war, da der wirklich errechnete Wert ja bei knapp 3000 lag, was wir jetzt in dieser Theorie sehen. Aber wir schauen uns natürlich immer mehrere Daten an, um eine evidenzbasierte Aussage zu treffen, da es wenig Sinn machen würde, jetzt nur von einem Jahr Rückschlüsse auf alle Jahre zu ziehen. Und hier muss man aber auch sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Daten genau zu sammeln. Denn, sagen wir mal für das Jahr 2010, 2011, 2012, whatever, ist es natürlich immens schwierig, genaue Daten zu finden über erstens die Mining-Kosten, zweitens das Preisverhalten. Wir haben hier aber einen sehr interessanten Chart aus dem Jahr 2015 und auch hier wieder. Der Boden des Bärenmarktes wurde wieder von den Minern geformt. Wir hatten damals einen Average Cost of Mining, also die Durchschnittskosten der Produktion des Bitcoins, die bei 247 Dollar gelegen sind. Und der Boden, ihr seht es selber, der Boden war eigentlich ziemlich genau in diesem Bereich, 240 bis 220 Dollar. Der Schwung darunter ist jetzt nicht wirklich die Räder wert. Der Markt war damals auch noch nicht so groß vom Volumen her. Deswegen ist jetzt dieser 20-Dollar-Druck darunter jetzt nicht wirklich ausgekräftig. Genauso auch hier, was hat den Markt gekappt an der Oberseite? Die Expected Average Cost of Mining, die da natürlich gestiegen sind. Also die waren dann bei 500 Dollar im Oberbereich und diese 500 Dollar haben den Markt für einige Zeit gekappt. Gehen wir ein wenig weiter in der Theorie. Wir haben hier einen logarithmischen Channel aufgezogen auf den Chart, beziehungsweise hat dieser Analyst das für uns gemacht. Und hier sehen wir das Ganze, was wir jetzt eigentlich vorher schon mal angesprochen haben, visualisiert. Die Frage ist ja natürlich immer, warum funktionieren denn solche Trendkanäle? Für mich ist es immer ziemlich fahnscheinig, wenn ich sage, eine Trendline funktioniert, weil es irgendwie diagonal Sinn macht, dass hier Käufer sind. Das ist für mich immer relativ unschlüssig und macht für mich irgendwie relativ wenig Sinn, da man mit Trendlinien eigentlich ein ziemliches Curve-Fitting betreiben kann. Das heißt, man kann die Trendlinie praktisch so lange zeichnen oder so oft zeichnen, bis sie sich tatsächlich dem Preis anpasst und nicht umgekehrt. Was hier aber interessant ist, hier wird diese Theorie oder diese Theorie jetzt nochmal neu aufgerollt und es wird nicht gesagt, dass der Preis sozusagen hier gebounced ist oder gekauft wird, weil hier eine Trendlinie vorhanden ist, sondern die Trendlinie richtet sich nach den durchschnittlichen Mining-Kosten. Das heißt, wir haben hier einen logarithmischen Channel, der basiert auf die durchschnittlichen Mining-Kosten und auch hier sagt der Creator oder der Erfinder dieser These wieder genauer, dass es natürlich erst ein Modell ist, was ich in der Zukunft noch genauer bestätigen muss. Aber wir haben jetzt schon mal diese zwei Punkte gesehen mit den Mining-Kosten, die sich wirklich sehr, sehr gut matchen. Und bei all der Voodoo-Theorie und bei all den kuriosen Theorien, die bei Bitcoin im Umlauf sind, ist das für mich wirklich eine der plausibelsten Theorien. Auch, wie es natürlich immer ist, Bitcoin gibt es erst seit neun Jahren. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel Daten, damit wir zu 100% zahlen können. Das ist die These dahinter, das ist die Theorie, wie der Preis sich kurzfristig bewegt. Es ist schon eine sehr plausible These. Und wie gesagt, generell zu dem Bullshit, den wir sonst immer sehen, den wir sonst immer an Theorien sehen, macht das für mich hier schon durchaus Sinn. Kommen wir also zum richtig interessanten Part dieses Videos. Wir haben jetzt wieder das TradingView-Profil des Philp hinter uns. Ich sage jetzt ab jetzt immer von diesem Analysten, weil ich diesen Namen nicht öfter aussprechen will, von diesem Analysten wieder hinter uns. Und er hat es wieder getan. Er hat am 17. Juli, wo noch sehr, sehr viele Leute extrem Bullish waren und schon neue Highs vorausgesehen haben, vorausgesagt, dass wir höchstwahrscheinlich wieder zum Bereich 6000 zurücktrained werden. Wenn wir jetzt auch wieder hier auf Play drücken, sehen wir, dass er bis jetzt gar nicht so Unrecht hatte. Und ich werde jetzt hier in diesem Abschnitt ganz kurz wieder seine Gedanken sammeln, seine Gedanken euch wiedergeben und das Ganze versuchen nochmal vereinfacht auszudrücken. Vor allem auch für die Leute, die jetzt nicht so extrem gut Englisch verstehen. Seine Theorie ist vor allem darauf basiert, oder seine These basiert vor allem darauf, dass es eine größere Entität im Markt gibt, und zwar die Miner. Und das Ganze müssen wir jetzt auch wieder nicht so budemäßig ausdrücken, denn es ist ein Fakt, dass es sehr, sehr große Miner gibt, zum Beispiel Bitmain, die einfach Milliarden an finanziellen Mitteln haben. Diese Miner haben im Jahr 2018 bereits die Möglichkeit gesehen, die weniger profitablen Miner aus dem Markt zu drücken und deshalb auch den Preis zu dem effektiven Produktionspreis nach unten gedrückt, bevor sie den Markt wieder reversed haben. Der Analyst sagt oder geht davon aus, dass es damals, nachdem wir diesen Boden erreicht haben, sehr, sehr leicht war, den Markt wieder nach oben zu drücken, da erstens der Market Cap jetzt immer noch relativ, im Vergleich, relativ gering ist, aber für diese Leute gering, weil die einfach sehr, sehr viele finanzielle Mittel haben und zweitens, weil der Markt sehr, sehr short positioniert war. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Leute mit einer Short Position im Markt und indem sie den Markt wirklich nur ein wenig nach oben geschubst haben, wurden einfach extrem viele Leute mit Short Positionen liquidiert. Wir haben die FOMO-Käufer im Markt gehabt, es wurde einiges gekauft und die Miner haben so effektiv ihr Ziel erreicht, nämlich einen extremen Preisanstieg mit einer relativ wenigen Aufbringung von Eigenmitteln. Und auch im Bereich 13.000 hat das Spiel wieder von 9 begonnen. Wir haben jetzt wieder einen Anreiz, diese Bitcoins abzustoßen und die Miner haben auch vor dem Halving wieder einen Anreiz, den Preis wieder Richtung dem neuen Floor, also dem neuen Produktionslevel zu bringen, um eben wieder die Competition, also die Konkurrenz der Miner, die jetzt nicht so profitabel sind, rauszudrücken. Wir haben ja in dem Bereich immer die Skaleneffekte, Das heißt, es ist, glaube ich, ganz, ganz logisch zu erklären, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Bitmain, die schon seit Ewigkeit im Geschäft sind und die einfach über viel größere Hallen, bessere Ausstattung, besseres Personal verfügen, dass die das natürlich viel länger durchhalten können, einen blutenden Kurs, also einen effektiv blutenden Watches zu haben, als wie zum Beispiel irgendwelche kleinen Miner. Ja, die werden direkt aus dem Game gedrückt, wenn der Markt jetzt länger für sie unprofitabel ist. Bitmain kann zum Beispiel dieses Spiel sehr, sehr lange spielen, da die einfach extrem viel finanzielle Mittel haben. Und es auch definitiv Sinn macht, den Preis wieder zum sozusagen Equilibrium, zum Gleichgewicht drücken, wo eben dann die Kosten nicht mehr profitabel sind, um zu meinen. Hier wird es auch nochmal genauer erklärt, dass die Produktionskosten sich verdoppeln, wenn der Block-Reward gehalft wird. Das heißt, es macht 6.340 effektiv den neuen Floor. Und dieser Satz hat mir ganz gut gefallen. Smart Money knows it again. Retail has no clue again. Das heißt im Prinzip, die größeren Investoren, die Investoren mit sehr, sehr viel Geld, also Smart Money, institutionelle Investoren, die Miner, die wissen das wieder. Und die Retail-Scharfe, also praktisch wir im Endeffekt, aber wir wissen jetzt auch, die wissen es wieder nicht und sind wieder auf der anderen Seite. Und auch hier schreibt er, lots of longs in the right place for the wrong reasons. Das heißt auch wieder, sehr, sehr viele Leute, die Long-Positionen haben, aber die falschen Gründe dafür haben. Und hier jetzt noch eine Ergänzung für den weiteren Verlauf von einem weiteren Analysten, der sich bis jetzt eben auf diesen Film bezogen hat. Aber es war mir auch wichtig, das Ganze hier noch mit einzubringen, da die meisten Leute ja immer sehr, sehr gesteuert sind von den kurzfristigen Marktentwicklungen und diese derzeitig eher bearish-Phase schon wieder viel zu emotional bewerten. Nur weil wir jetzt effektiv eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sage ich mal, im Bereich 6.000 wieder zu trainen, ist das noch nicht der Untergang aller Welten. Ja, das Ganze ist oder wird damit begründet, dass es eigentlich ziemlich normal ist, dass man einen Shakeout hat von dem Bull-Markt. Und auch hier wird das Ganze wieder sehr, sehr schön begründet. Deswegen wollte ich das hier abschließend noch mit reinbringen. Wir sehen das Ganze nämlich hier an diesem Chart ziemlich schön. Wir sind hier. Wir haben hier damals den Bogen geformt, die 3K-Range, dann dieser erste Markup nach oben, damals noch im Bereich 300 bis 1.000 Dollar. Und dann dieser große Shakeout. Wir sind praktisch hier. Das wäre eine These, die für einen größeren Shakeout spricht, auch wenn wir uns das Ganze hier weitersehen. Wir gehen zurück zu diesen Produktionskosten. Wir konsolidieren hier vor dem Halving und wir gehen dann zu einem neuen All-Time-High im Jahr 2020 bis 2021. Das sind alle sehr, sehr interessante Theorien. Und auch wenn ihr euch hier den Namen anschaut, vom Philp-Philp, der Herr, der jetzt schon so oft richtig gelegen hat, sieht auch ein ähnliches Szenario, bei dem wir zurückgehen zu den Produktionskosten, eine Reakkumulation haben der Big Boys und dann den großen Anstieg zu einem neuen All-Time-High sehen. Das Ganze ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Bericht und das Ganze hat mich wirklich sehr, sehr geflasht, wo ich das das erste Mal durchgelesen habe und wo ich mich das erste Mal damit näher beschäftigt habe. Dementsprechend habe ich sofort gewusst, dass ich das Ganze in einem Video zeigen will, da ich wirklich relativ selten solche Sachen bringe, also solche langfristigen Analysen mit All-Time-High und wir gehen auf 6.000, dann gehen wir auf 30.000. Meistens macht das relativ wenig Sinn, aber in diesem Fall hat es für mich extrem viel Sinn gemacht und dementsprechend wollte ich das Ganze auch für euch publishen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gut gefallen. Ich packe euch den Link natürlich rein in die Beschreibung. Ich kann euch das Ganze nochmal selber in Ruhe durchlesen. Das Ganze war von mir als nur wirklich ein kompakter Overview zu dieser Theorie. Wenn man sich damit näher beschäftigen will, kann man sich das Ganze wirklich sehr, sehr im Detail durchlesen. Es wurde hier wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst und wäre nochmal viel zu umfassend für ein eigenes Video. Aber ich hoffe, ich konnte euch die Theorie einmal nicht schmackhaft machen und ich hoffe, ihr könntet etwas aus diesem Video mitnehmen. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Chris.